Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alayna Taro. Mein Name ist Alayna. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir einfach mal schauen möchten, bereut er oder sie ihre Handlungsart, ihre Art mit mir umzugehen? Ist er oder sie sich dessen bewusst, wie sehr er oder sie mich verletzt? Was denkt er oder sie über diese ganze Konstellation, über die Situation? Also wir wollen herausfinden, in erster Linie wirklich, wie denkt er oder sie über diese Situation? Bereut er oder sie, wie er mit dir umspringt? Wir haben zwei Optionen. Option Nummer 1, das Tarot der schwingenden Acht. Okay, Stapel Nummer 1. Stapel Nummer 2 ist das Tarot der Hexen. Lass die Energien auf dich eindringen. Ja, wirklich auf dich zuspringen sozusagen. Verzeiht bitte meine Stimme, okay? Solltest du dich nicht entscheiden können, ist das absolut gar kein Thema, schaue dir das Video bis zum Ende durch. Es kann sein, dass in beiden Optionen irgendwo eine Nachricht für dich versteckt ist. Ja, Option 1, das Tarot der schwingenden Acht. Option 2, das Hexen-Tarot. Nimm dir diese Energie, die auf dich einwirkt, wirklich zu Herzen. Versuche dich zu konzentrieren. Solltest du dich nicht konzentrieren können, pausiere das Video, ja, und entscheide dann in aller Ruhe. Okay? Option 1 oder Option 2 oder beide Optionen. Das ist ganz egal. Ich fange mit Option Nummer 1 schon mal an. Okay? So, an dieser Stelle, ihr wirst immer herzlich willkommen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du meinen Kanal abonnierst. Danke, dass du wirklich auch die Nachrichten zu deinem machst und dass du auch wirklich, ja, immer aus allem das Beste dir rausholst. Okay? Denk dran, es handelt sich hier um eine generelle Legung, die nicht immer auf jeden zugeschnitten sein kann. Okay? Weil dafür brauchen wir einfach zu viele persönliche Daten. Und in einer privaten Legung, du hast jederzeit die Möglichkeit, mich per WhatsApp anzuschreiben. Und ich werde gerne dir Näheres über Zeiten und Preise schicken, um mit dir eine private Legung zu machen. Okay? So. Das hier ist Option 1. Das sind die großen Arkanen. Die nehme ich immer noch mit zur Hilfe. Ja, die brauche ich dann erstmal. Ich brauche sie nicht, aber ich mag das halt gerne bei diesen Videos, das einfach zu unterteilen. Ja? Bereut er oder sie sein Handeln? Bereut er oder sie, wie er mit dir oder sie mit dir umgesprungen ist? Okay, wir schauen mal. Also, wir können hier in erster Linie schon mal sagen, dass es hier nicht um Bereuen geht. Diese Person ist sich zwar bewusst, nicht ganz fair reagiert zu haben. Ja? Diese Person ist sich wirklich bewusst, dass sie nicht mit offenen Karten gespielt hat. Dass sie hier wirklich einiges verändern muss, damit sich hier was Neues wieder geben kann. Bereut er oder sie ist? Nein, es ist kein Bereuen. Es ist mehr so die Angst davor, diese Unsicherheit, dieses Misstrauen, ob man hier wirklich richtig agiert hat oder auch nicht. Okay? Es ist so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber diese Person hat wirklich Angst davor, einen Schritt auf dich zuzugehen. Oder du hast halt Angst, einen Schritt auf diese Person zuzugehen. Ja? Weil man einfach weiß, dass man in vielerlei Hinsichten wirklich sich nicht fair verhalten hat. Okay? Und das ist natürlich auch immer wieder so eine Kiste, so eine Situation, wo man einfach sagt, was möchte er oder sie? Möchte er oder sie nochmal einen Neustart? Also die Zeit ist einfach gerade dafür da, um zu kämpfen, um in sich hineinzugehen, ja? Um nochmal nachzudenken. Hier gibt es viel Einfluss von dritten Personen. Ja, man hat sich hier viel manipulieren lassen. Du hast auch vielleicht manipulieren können. Dein Partner oder die Person, um die es hier geht, hat sich selber auch manipuliert. Hat sich selber von seinen negativen Energien verleiten lassen, ja? Hier gibt es Machtkämpfe von Egos, von Kraftaufwand, von Dominien, also von Dominanz. Was ist hier das ganze Theater? Also das ganze Theater hier ist einfach nur, das bereut er oder sie sein Handeln. Nein, es ist kein Bereuen. Es ist nicht ein Bereuen. Es ist einfach nur, dass diejenige oder derjenige, um den es hier geht, ja, Angst hat, einen Konflikt mit dir austragen zu müssen. Weil die Art und Weise, wie ihr euch trennt oder wie ihr euch gerade getrennt habt oder euch getrennt hattet, war nicht die schönste, war nicht die sauberste. Okay? Also gibt es hier viele Machtkämpfe eurer Egos. Man versucht immer wieder aufs Neue, wirklich seine Meinung durchzusetzen, ja? Man reagiert viel impulsiv. Also es war schon hier eine Beziehung oder es ist eine Beziehung, die wirklich dominiert werden kann, ja? Das heißt, wenn du schon getrennt bist, kann man hier nochmal den Spieß umdrehen und zumindest ein klärendes Gespräch rausholen. Ich sage nicht, dass ihr nochmal zusammenkommen werdet, ja? Aber man kann hier zumindest ein klärendes Gespräch in Erwägung ziehen, um wirklich nach vorne zu schreiten. Weil ich sehe hier wirklich, dass auf der einen Seite ist der Wunsch da auf ein klärendes Gespräch. Auf der anderen Seite, ja, ist einfach zu viel Nostalgie, zu viel Schmerz, zu viel Leid, zu viel Machtkämpfe. Also in Option Nummer eins dreht es sich hier alles um Machtkämpfe, um Egos. Nicht um eine Versöhnung, wirklich an den Tag zu legen und nochmal eine Versöhnung, eine Aussprache zu haben. Sondern hier ist einfach eine Sturheit, eine Arroganz, ein Vorwurf, der einen dem anderen gegenüber. Also es ist einfach schon, ja, sehr krass, um ehrlich zu sein. Es ist wirklich sehr, sehr krass, was sich hier darstellt. Es ist eine Machtkampfaktion. Bereut er oder sie das Handeln? Nein. Hier gibt es wirklich den Wunsch einfach, auf der einen Seite zurückzukommen als Paar, ja, auf der anderen Seite aber auch die Beziehung, in der du gerade bist, zu festigen. Auf der anderen Seite aber auch eine zukünftige Beziehung mit jemand Neues einzugehen. Und auf der anderen Seite eine totale Unentschlossenheit zwischen Ex-Partner und neuem Partner. Also bereut derjenige sein Handeln? Nein. Definitiv nicht. Weil derjenige sich zwar bewusst ist, aber trotzdem auch bewusst und unterbewusst, ja, diese Arroganz weiter an dem Tag hält. Oder du bist weiterhin arrogant. Okay? Also hier gibt es wirklich einen Fortschritt, in dem man sagt, entweder ihr redet miteinander und versucht, die Sachen zu bereinigen und ihr findet nochmal zueinander oder nicht. Alles schreitet danach, dass man sagt, nein. Ja, für die Leute, die zwischen zwei Entscheidungen stehen, zwischen zwei Personen stehen, ja, entscheide nach dem Herzen, wer dich glücklicher macht, wer dir mehr gibt, wer dich zufriedener stellt, wer dich wirklich zu dem Teil wachsen lässt, den du sein musst. Okay? Es gibt hier einen Neubeginn, es gibt hier wirklich zwei verschiedene Männer in deinem Leben oder zwei verschiedene Frauen. Bist du ein Mann, sind es zwei verschiedene Frauen. Bist du eine Frau, sind es zwei verschiedene Männer. Indem du dich wirklich entscheiden musst zwischen zwei Personen. Ja, du kommst in die Nostalgie. Beide tun dir auf eine Art und Weise gut, aber beide sind auch wirklich nicht möglich in deinem Leben zu behalten. Okay? Also bereut er oder sie sein Handeln? Nein. Bereust du dein Handeln? Nein. Gibt es hier eine Wiederversöhnung für den einen oder anderen? Ja, aber es gehört viel Mut dazu, viel Kraft dazu, viel Disziplin. Wirklich, weil ihr seid hier echt egozentrische, egoistische Menschen, die einfach nicht über ihren Schatten springen wollen. Ihr will einer stärker sein wie die anderen. Das darf es nicht geben in einer Beziehung. Ja, es gibt Probleme, die bewältigen müssen. Es gibt Situationen, die man bewältigen kann. Ja, es gibt Projekte, die man gemeinsam anfangen kann. Ihr seid intelligente Menschen, ihr seid erwachsene Leute. Ihr müsst das Alte ziehen lassen, damit das Neue beginnen kann. Egal, ob man in einem Ex-Partner, egal, mit eurem Hardart zu handeln, zu reden, zu agieren, whatever. Okay? Hier geht es darum, dass ihr wirklich erkennt und begreift, wie wichtig und wie wertvoll es ist, dass ihr an euch arbeitet und euch einfach entscheidet, euch Freiheiten gibt, den anderen ziehen zu lassen und euch auch selber ziehen zu lassen. Ja? Also wirklich, bereut er oder sie das Handeln? Nein. Möchte er oder sie zurückkommen? Nicht wirklich. Die einen oder anderen möchten gerne einen Neustart haben. Es ist aber mehr von deiner Seite. Es kann auch sein, dass du mehr derjenige bist oder diejenige bist, die wieder zu ihrem Ex zurückgehen möchte. Ja, oder möchte, dass dein Ex zurückkommt. Oder möchte diese Beziehung, in der du gerade bist, wirklich aufrechterhalten. Oder möchte einfach diesen Wunschpartner, den du hast, ja wirklich in dein Leben ziehen. Spiegler, Spiegler, denkt dann, das Toro haut uns immer den Spiegel raus. Okay, wenn es nicht die andere Person ist, um die du dir fragst, bist das immer nur du. Bist du das immer selber und selber und selber. Also Option Nummer 1. Bereut er oder sie die Situation? Nein. Ist er oder sie sich dessen bewusst, was hier geschieht? Ja und nein. Auf eine Art und Weise ja, auf der anderen Seite nein. Warum? Weil es ihn nicht wirklich interessiert oder sie nicht wirklich interessiert. Weil es geht einfach nur um den Machtkampf der Egos. Und hier steht man wirklich zwischen zwei Personen. Zwischen dem Ex und der Ex. Oder zwischen der neuen Liebe oder dem Wunschpartner. Also hier solltest du wirklich Option Nummer 1. Eine klare Entscheidung treffen. Müssen, treffen, können, solltenst du treffen, was du möchtest. Ex oder neu oder zukünftig oder whatever. Also das ist schon krass, ne? Ganz ehrlich, Leute. Also ich finde das schon ziemlich heftig. Aber das liegt ja nicht in meinem Ermessen, das zu urteilen. Nichtsdestotrotz seht ihr, ich muss Option Nummer 2. So, das sind meine großen Arkanen. Die habe ich mir extra so dahin gelegt, weil ich die gleich am Anfang brauche. Also nicht brauche, aber ich mache das einfach so. Es ist ein Tick von mir, den ich mir jetzt gerade angewöhne halt, bei diesen Sachen wirklich als erstes die großen Arkanen rauszuhauen. Warum? Weil ich einfach ein Typ Mensch bin, der immer die Karten für sich sprechen lässt. Ja? Also ich habe kein bestimmtes System, sondern die Karten, die gerade reden wollen, sollen reden. Ja? Aber gerade in dieser Frage, Konstellation, war es einfach ein Ruf der Karten, das so zu machen und ich möchte dem gerne Folge leisten. Und ich finde das ganz interessant, ich finde es ganz gut. Ist zwar was Neues für mich, aber ich finde es ganz interessant, ganz ehrlich und ich genieße es absolut. Also bereut er oder sie, wo gibt es hier viele Energien? Bereut er oder sie, was er dir angetan hat? Ist er oder sie sich bewusst, was gerade zwischen euch passiert? So. Okay, also hier haben wir schon mal ein ganz anderes Ding. Ja? Hier haben wir ein ganz anderes Ding. Die Kiste hier ist, dass er oder sie, die Person, um die wir hier fragen, ja? Ist sich schon dessen bewusst, was schief gelaufen ist? Ist sich schon dessen bewusst, ja, was falsch gelaufen ist? Ist sich schon dessen bewusst, welchen Schmerz du und die andere Person erlitten hat oder erleidet? Auf der anderen Seite möchte er oder sie nochmal mit dir zusammenkommen. Im Moment ist es nicht so. Es gibt einige von euch, die gerade vor einer Scheidung stehen oder in Scheidung sind, die mit Gerichtsurteilen zu tun haben, die mit Unterhaltsklagen zu tun haben, die mit legalen Papieren zu tun haben, die mit Anträgen zu tun haben. Alles das, was du in Verbindung mit dieser Person unter Umständen bringst oder auch nicht bringen kannst, ja? Wird hier wirklich Einfluss drauf nehmen. Also es geht sich hier um eine Person, die sich dessen bewusst ist, was zwischen euch gelaufen ist. Derjenige bereut das? Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall ein Bereuen da, auf jeden Fall. Ja, er ist sich dessen bewusst, er bereut es auch definitiv. Aber, aber es ist eine Art von Befreiung. Es ist eine Art von der Lösung. Es ist eine Art von zu erkennen, dass sich eine Struktur in eurem Leben hat ändern müssen, damit ihr wirklich nach vorne schreiten könnt, damit ihr wirklich euch befreien könnt. Hier war es nicht nur etwas Toxisches, nein, sondern hier war es etwas, was einfach vom Leben bestimmt war und vom Schicksal bestimmt war, dass ihr euch einfach jetzt lösen müsst. Warum? Weil, wow, weil das einfach so kommen musste, ja? Hier geht es darum, dass dieser ganze Überlast, diese ganze Überforderung, diese ganze Notwendigkeit loszulassen, nach vorne zu schreiten, wirklich, ein Moment, ich muss mich gerade konzentrieren. Mir ist gerade was Lustiges durch den Kopf gegangen. Alles ist gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Gut, also pass auf, nochmal, ja? Ganz professionell jetzt. Ich musste nur gerade so ein bisschen lachen, warum? Weil das Tarot gibt mir hier ein Zeichen zu sehen. Es ist eine Trennung, ja. Es ist eine Scheidung, ja. Es ist auch mit Familie verbunden, ja. Nichtsdestotrotz ist es eine Befreiung für viele von euch, eine Erleichterung, ja? Es gibt hier Schritt für Schritt einen Neubeginn mit dir und mit dieser Person in weiter Zukunft. Im Moment ist es nicht so. Warum? Weil ihr beide eure Lernaufgabe erstmal bewältigen müsst. Okay? Hier gibt es eine Distanz, eine Entfremdung, eine Scheidung, eine Ruptur, eine Trennung, sich auseinanderfrickeln. Warum? Weil es nötig ist und weil es wichtig ist, wirklich diese Befreiung zu spüren, diese Befreiung zu genießen. Ihr sollt euer Single-Leben jetzt erstmal genießen. Ja, das ist ganz wichtig. Das Single-Leben jetzt erstmal wirklich genießen. Diese Kapazität, die du hast, um dein Leben frei zu gestalten, wirklich zu nutzen. Warum? Ganz einfach. Damit was Besseres beginnen kann. Damit du einfach aus den Fehlern, den ihr gemacht habt, lernen müsst. Ja? Diesen ganzen Ballast, diese Beforderung, diese einfache Befreiung. Ausfluss von dritten Leuten, diese ganzen Negativitäten, diese ganzen Sorgen, Kummer, Lügen, Intrigen, whatever. Okay? Raus, das gehört nicht dahin. Es gehört einfach nicht dahin. Raus, 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 raus. Alles passt, alles ist gut, alles ist genau so, wie es sein muss. Ja? Alles ist so, wie es sein muss. Option Nummer zwei. Diese Person weiß, was sie dir angetan hat. Genauso wie die Person weiß, was du ihr angetan hast. Dass diese Person es bereut? Ja. Dass diese Person aber auch weiß, dass es notwendig ist, erstmal in die Einsamkeit zu gehen, erstmal mit Distanz die Sachen zu analysieren, erstmal wirklich nach vorne zu schreiten, rekapazitieren, also sich bewusst zu werden, was schiefgelaufen ist. Ja? Das ist schon ganz, ganz wichtig. Warum? Damit sich später hier wirklich was Neues geben kann. Damit ihr mit Abstand wirklich die Möglichkeit habt, was Neues zu beginnen. als Paar oder alleine. Das ist ganz egal, ob mit einem neuen Partner oder mit diesem Person, das ist relativ egal. Weil die Faktor ist einfach, dass du wirklich wissen musst, dass dieser Mensch sich wirklich Mühe gegeben hat, zu erkennen und zu verstehen, dass hier ganz viele Fehler passiert sind. Dass hier ganz viele Sachen, ja, hätten anders laufen können halt. Nichtsdestotrotz ist es einfach schön anzusehen, dass auf langer Sicht hin, ja, wenn ihr diese Kommunikation habt, wenn ihr dieses kläre Gespräch habt, wenn dieser ganze Prozess mit Gerichtsurteilen, mit legalen Papieren, mit Anträgen, mit was auch immer, wirklich nach vorne geschritten ist und hinter euch gelassen habt und ihr wirklich befreit seid, um neu anzufangen, ja, wirklich diesen Egoismus rauszulassen, diese rationale Seite rauszulassen, diese mentale Seite rauszulassen, dieses Ganze, was euch blockiert, wenn ihr das alles so rauslasst, ja, und euch befreit und du auch den Schritt auf den anderen zugehen kannst, weil du auch erkennst, dass du Fehler gemacht hast, weil du auch erkennst, dass du, ja, begreifen musst, dass du halt auch nicht perfekt bist. Also von daher ist das schon ganz cool, einfach anzusehen, dass im Laufe des Entwicklungsprozesses sich hier ein Dialog geben wird, wo man wie erwachsene Menschen wirklich zusammen spricht und agiert und wirklich eine Lösung findet. Das heißt, dass die Liebe auf der einen Art und Weise wieder triumphieren kann, ja, immer und dann, wenn ihr beide bereit seid, für das, was ihr wollt, wirklich einzustehen. Also es ist komplett anders wie Option Nummer 1, ja, die Fakte ist einfach, du musst hier klare Entscheidungen treffen. Okay, konkretisieren, was du möchtest, was du erwartest und genau auch von der anderen Person. Die andere Person muss wirklich konkret sagen, was sie von dir möchte, was sie von dir erwartet, was für Ziele er oder sie hat, was für Bereitschaft und Disposition da ist. Denkt dran, Leute, Liebe, Respekt und Disposition ist das Allerwichtigste in einer Beziehung. Stabilität wieder reinzukriegen, ja. Wenn ihr wirklich diesen Erfolg haben möchtet, werdet ihr wirklich die Bereitschaft haben, diesen Konflikt intern und extern mit diesen Menschen oder auch ohne diesen Menschen wirklich schaffen, wiederherzustellen. Und ihr könnt hier wirklich davon ausgehen, dass diese Person es wirklich gelernt hat und auch wirklich bereut hat, dass alles, was vorgefallen ist zwischen euch beide, nehmt es als eine Lernaufgabe, okay. Und wenn ihr wieder zusammenkommen solltet mit der Person oder mit jemand anderen, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie in der Vergangenheit, dass ihr wirklich kompromissbereit seid, dass ihr wirklich erfolgreich seid, dass ihr wirklich Opfer bringen müsst, die einfach notwendig sind, ja. Dass wenn du dir ein Versprechen gibst, dass du es auch wirklich umsetzt, dass du wirklich bei der Wahrheit bleibst, ja. Also Option Nummer zwei, herzlichen Glückwunsch. Ganz coole Nummer, ich finde es super toll. Resümiere, bereut er oder sie es? Definitiv, ja. Also definitiv bereut er oder sie es, aber ihr müsst euch bitte beide den Raum und die Zeit geben, wirklich zueinander zu finden, es wirklich zu realisieren und zu wissen, was ihr neu starten müsst und was nicht. Wenn ihr diesen Ballast, diesen gefüllten Rucksack hinter euch lasst, in einen Piss passt, werdet ihr wirklich sehen, wie schön das Leben sein kann und wie toll es ist zu verzeihen und wirklich mit der Liebe nach vorne zu schreiten. Okay, also herzlichen Glückwunsch, ich danke dir, dass du eingeschaltet hast, danke für deine Likes, danke, dass du meinen Kanal abonnierst, danke, dass du meine Nachrichten zu deinem machst, dass du das Glöckchen drückst und danke, dass du einfach wirklich dieses Vertrauen hast und jedes Mal aufs Neue reinschaltet. Ich danke dir, bis dahin, alles Liebe, bye. Bye.